Es gibt eine Tür, die man in die Tür kann. Ich bin nicht sicher, ob es Homo oder Illuminati ist. Ein viel freaky-Stuff ist passiert. Du musst deine Meinung benutzen, was sie mit den Buttplugs gemacht haben. Okay, wir skier den Alter P. Diddy den Mauerfuckers. Wir haben ein paar Einser auf jeden Fall am Start gehabt hier. Die merkwürdigsten Geschichten über P. Diddy. Let's go. Mit diesem Video will ich niemanden schlecht dastehen lassen oder persönlich angreifen. Oft geht es in meinen Videos um Gerüchte und nicht bewiesene Sachen. Okay? Yo Leute, was? Conspiracy is it in, Mauerfucker? Ich hoffe, alles okay bei euch. Heute gehen wir auf die merkwürdigsten Geschichten und Szenen von P. Diddy ein. Vor kurzem wurde ein Interview eines ehemaligen Bodyguards von Diddy veröffentlicht, wo er ein paar krasse Anschuldigungen gemacht hat. Er behauptete, dass Jarul und Diddy was miteinander hatten. Bei Diddy ist es aber nicht die einzige Geschichte, die über ihn rumgeht. Über keinen gehen so viele Geschichten rum wie über ihn. Wir gehen auf verschiedene Leute ein, die Geschichten über ihn erzählt haben. Darunter der Bodyguard Keith D. und der Bruder von The Game, der ebenfalls ein paar krasse Behauptungen aufgestellt hat. Auch gehen wir auf einen kleinen Beef zwischen 50 Cent und Diddy ein, wo ebenfalls ein paar sehr verwirrende Aufnahmen und Bilder aufgetaucht sind. Was? 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 Darunter das Beteiligen an homo-aktivitäten und mensch-schweinbar. Wir schauen uns an, warum man Leute zu so Sachen überreden will. Um was? Man hört immer wieder so Sachen aber, ne? Aus Hollywood und aus dieser Industrie da in Amerika. Was man damit bezwecken will. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Wenn du Platinum und 50.000 pro Show bekommst, bin ich da. Da ist eine Tür, die du in die Glocke gehen kannst. Ich bin nicht sicher, ob es ein homo oder ein Illuminati. Der Nori, Dicke. Krass. Dass der Bruder auspackt, hätte ich nicht gedacht. Es sah so aus, als wären Puff und Tupac ein Pärchen. So sah es für mich aus. Es gingen eine Menge verrückte Sachen ab. Puff und Tupac? Puff und Tupac waren wie ein Paar. Jetzt, Fiff, wenn du dich immer immer Puff nennen willst. Und Chris Nighty ist wundervoll, hat mir gesagt, du fährst mich zum Shopping. Ich ging da, um den Lifestyle zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich auch in die Glocke konzentrieren konnte und verstehe, was ich überhaupt an. Bro, wenn Joss gesagt hat, du willst nicht in die Glocke kommen, ist ein paar freaky Sachen passiert. Du musst deine Geist nutzen. Sean John Combs ist am 4. November 1969 in New Yorker Stadt. Was ich mal gehört habe, was ich mal gelesen habe oder irgendwo gesehen habe, dass dieses Tool oft genutzt wird, um Leute irgendwie abhängig zu machen, sage ich mal so. Also, dass die zu gewissen Sachen gedrängt werden. Auch homosexual-wise das aufgenommen wird, damit man was gegen diese Menschen in der Hand hat. Wenn man eine gewisse Barriere überschritten hat, was Fame und so angeht. Das habe ich mal irgendwo gelesen oder irgendwo habe ich mir das mal reingezogen. In Harlem geboren. Auch bekannt unter seinen Künstlernamen Puff Daddy, PDD, Diddy oder Puffy. Er ist ein US-amerikanischer Rapper, Schauspieler, Plattenproduzent und Labelboss. Seine Mutter ist Janice Combs. Ein Model und Lehrerassistentin. Sein Vater Mel... Die sah auch komisch aus, der Geier. Seine Mutter ist Janice Combs. Guck mal. Sein Vater Melvin Earl Combs diente in der US Air Force und war ein Mitarbeiter des New Yorker Gangsterboss Frank Lucas. Diddy machte 1987... Der Pelz sieht dänisch aus, gell? Diddy, ihr den Mauerfucker? ...dass sein Abschluss an der Mount St. Michael Academy. Er wurde 1990 Praktikant bei Uptown Records, wo er auch letztendlich eine Stelle als Talentdirektor bekam. Er half bei der Entwicklung von Mary J. Blige, Usher und vielen weiteren. Nachdem er 1993 von Uptown gefeuert wurde, gründete er sein Label Bad Boys Entertainment. Und nahm den damaligen Newcomer Christopher Wallace, besser bekannt als Notorious B.I.G., unter Vertrag. Notorious. Big Shits, think big gators. My Detroit Players. My Detroit Players. My Kings in Brooklyn. Seit einer langen Zeit ging er echt über P. Diddy rum. Immer wieder tauchen Bilder, komische Szenen oder Aussagen von alten Weggefährten auf, die sehr verwirrend sind. Einer, der immer wieder Geschichten über Puffy erzählt, ist ein ehemaliger Bodyguard. Er erzählt von einem Tag, als er mit Diddy in Atlanta unterwegs war. Sie waren in einem Erotikshop. Sie gingen rein und Diddy fing an, Sachen von den Regalen zu nehmen und in eine Tüte zu stecken. Als der Bodyguard zu ihm kam, bemerkte er, dass er schon eine ganze Tüte mit Spielzeug gefüllt hatte. Es waren Sachen, die nicht nur für Frauen genutzt werden. Da sie Freunde waren, fragte er ihn scherzhaft, was er damit machen will. Worauf er ihm sagte, er soll sich um seine Probleme kümmern. Als er zahlen wollte, zeigte er dem Typen an der Kasse nicht mal, was er gekauft hat, sondern drückte ihm einfach ein Batzen hunderte an die Hand und ging. Sie flogen von Atlanta nach North Carolina. Später gingen sie zu viert in ein Hotel. Zwei Jungs und zwei Frauen. Einer dieser Jungs war der Rapper Ja Rule. Am Abend kam Ja Rules Cousin an die Tür der Präsidenten Suite und wollte Ja Rule sprechen. Der Bodyguard verweigerte ihm jedoch den Zutritt. Wo es dann zu einer kleinen Rangelei gekommen ist, die Diddy und Ja Rule mitgekriegt haben. Beide kamen halbnackt aus dem Zimmer raus. Ja Rule ist laut geworden und hat den Bodyguard gefragt, was er da macht, da der Junge an der Tür ja sein Cousin war. Als Diddy fragte, was los ist, sagte ihm der Bodyguard, er wollte ins Zimmer rein. Ich weiß nicht, Dicker. Worauf Diddy Ja Rule angeschaut hat und nichts mehr dazu gesagt hat. Ja Rule sagte seinem Cousin, glaub mir, du hättest da nicht reingehen wollen. In dem Zimmer gehen verrückte Sachen ab. Der Bodyguard sagt es nicht direkt, aber deutet an, dass Diddy und Ja Rule sich nicht nur mit den Frauen vergnügt haben, sondern auch miteinander was. Bro, when Ja said, you don't want to come up in there. A lot of freaky stuff is going on. You gotta use your mind. What they was doing with those butt plugs. Scheiße, Dicker. Butt plug it out, motherfucker. Eine weitere Person, die komische Geschichten erzählt, ist Asher, der bei einer Radioshow über seine Zeit mit Diddy gefragt wurde. Als 14-jähriger Junge war er im sogenannten Flavor Camp, das Diddy gehört hat. Es war ein Camp für aufstrebende Künstler. Man merkt, dass Asher ein bisschen unangenehm ist, als das Thema Flavor Camp aufkommt. Der Radiohost fragt ihn ein bisschen darüber aus und sie kommen auf das Thema Frauen im Flavor Camp zu sprechen. Er fragte ihn, ob das Camp immer gefüllt mit hübschen Frauen war, worauf er Nein geantwortet hat. Aber es haben in dem Camp Sachen stattgefunden, die er nicht verarbeiten konnte. Er sagt, da sind viele verrückte Sachen passiert, die er als Kind nicht verstanden hat. Als er gefragt wurde, ob er seine Kinder in dieses Camp schicken würde, antwortete er niemals. Puffy Flavor Camp. Hier geht's. Ach, du scheiße, Dicke. Flavor Camp Flavor Camp. Ja, das ist das, was es heißt. Und du gehst auf Puff Daddy's. In den 90s, wirst du verstehen, was das ist wie? Puffy's Place war, wie, füllt mit chicks und Orgien, wie, nonstop, richtig? Nein, nicht wirklich. Ich meine, aber hey, es war interessant. Ich hatte eine Chance zu sehen, was du gesehen hast. Ja, aber du war 13, was du gesehen hast? Ich bin da, um die Lifestyle zu sehen. Und ich sah es. Aber ich weiß nicht, ob ich konnte, und verstehe was, was ich sogar noch zu sehen. Es war ziemlich wild. So, nobody tried to... You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Ja, okay, aber das heißt noch gar nichts. So, der hat ja jetzt nicht gesagt, dass da irgendwas mit Männern oder irgendwie so, weißt, was ich meine so. Vielleicht war es halt ein bisschen wild einfach, weil der da irgendwie voll die Chicks hatte und die da irgendwelche Sachen gemacht haben. Also, so konkrete Sachen hört man ja nicht, ne. Das sind immer nur so, so Andeutungen, wo man sich natürlich viel ausmalen kann und dann viel Platz gelassen wird für, natürlich dann auch viel so, was man sich dann einfach Imagination so vorstellen kann. Zu Usher gibt es noch einen kleinen Ausschnitt, wo dir die mal aus Versehen preisgegeben hat, dass er zu dieser Flavor-Camp-Zeit als erwachsener Mann mit... Aber ich bin auch, also ich bin überzeugt davon auf jeden Fall, dass irgendwelche freakigen Sachen in Hollywood im Background abgehen, auch in dieser ganzen Musikindustrie in Amerika und so, dass da auf jeden Fall heftigere Dinge passieren als bei uns hier in Deutschland und dass auch da Sachen passieren, von denen wir nicht wissen, die auch verstörend sein könnten. Tensha, der damals ein Kind war, an einem Bett geschlafen hat. Dass man sich mal bei einer Übernachtung oder nach einer Feier mit einem Freund ein Bett teilt, ist für nicht so wohlhabende Leute wie uns was ganz Normales, wegen Platzmangel. Aber warum sollte man sich ein Bett mit jemandem teilen, wenn es doch genug Platz im Haus gibt? Das Merkwürdigste an der ganzen Sache war, wie Didi es gesagt hat. Als ob es ihm aus Versehen ausgerutscht ist. Mein Bruder right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, Pause, but like, Tensha, I mean, I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the, over the Frosted Flakes, you know what I'm saying, before Pause was invented, you know what I'm saying, but it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me, and now he's one of the richest stars in the world. Yo, what the did Puff just say? Der Bruder von The Game hat ebenfalls mal einen Post gemacht, wo anget... War das Kevin Hart oder was, Digga, krass. ...dass Daddy und The Game was miteinander hatten. The Game und sein älterer Bruder Bigface haben seit Jahren keine gute Beziehung. Laut The Game stritten sie sich wegen Geld. Während des... Oh, bei The Game bin ich raus, Bruder. Ich weiß nicht. The Game würde ich das nicht zutrauen irgendwie. Ich feier The Game. Ich will das nicht wahrhaben, Bro. ...von The Game bei Drink Champs hat er nochmal deutlich gemacht, dass er und sein Bruder nicht befreundet sind und getrennte Wege gehen. Worauf der diesen Post hier gemacht hat. Auf dem Bild steht, vielleicht war es doch nicht meine Straßenkredibilität. Natürlich deutet er damit an, dass Daddy und The Game was miteinander hatten. Im Jahr 2018 hat 50 Cent auch ein paar krasse Behauptungen aufgestellt. Er hat zum Beispiel mal diesen Beitrag hier gepostet. Auf dem Bild sind Rick Ross und Puff Daddy zu sehen. Was ist das schon... ...diesen Beitrag hier gepostet. Auf... Das sieht auf jeden Fall wild aus, Bruder. Ich weiß nicht. Ey. Keine Ahnung, Decker. Ich versuche so zu erklären, wie eine Situation entstehen kann, wo man so ein Foto von zwei Männern schießen kann. Keine Ahnung, ob die gerade einen Live-Auftritt hatten, der eigentlich dem nur Hand geben wollte und dann so ein Bild entstanden ist. Bruder. Im Bild sind Rick Ross und Puff Daddy zu sehen. Das war aber nicht der einzige Vorfall, wo er andeutet, dass Diddy eigentlich eine andere Richtung geht. Er wurde in den Breakfast Club eingeladen, wo er über einen weiteren Post gefragt wurde. Er soll gesagt haben, dass P Diddy sch*** ist. Zuerst streitete er es ab, doch der Radiohost liest ihm den Post vor. Bevor es zur nächsten Story geht, müsst ihr wissen, dass über P Diddy gesagt wird, dass er oft Rapper und Sänger zum Essen einlädt oder sie auf seine Kosten shoppen fährt, um danach eine beziehung mit ihnen anzufangen. Er soll angeblich den Leuten, die was mit ihm haben, in der Musikindustrie weiterhelfen. Auf jeden Fall kam der Tag, wo P Diddy 50 Cent ebenfalls zum Shoppen fahren wollte. Doch 50 Cent hat direkt gewusst, was abgeht und hat ihn gefragt, ob er Scherze macht. Auch hat 50 Cent ein Drink Champs Interview angesprochen. Lass shoppen gehen, Bruder. Wo eine Kusch Szene entstanden ist. P Diddy hat Nori Daddy genannt und was von einer Party erzählt, die sie zusammen hatten. Als er den Rapper Fabulous fragt, ob sie auch mal zusammen feiern wollen, sagte ihm der Rapper, dass sie ja schon mal zusammen gefeiert haben. Worauf Diddy antwortete, ja, aber nicht wie ich und Nori. 50 Cent deutet an, dass es keine normale Party war. Gleich gehen wir auf so eine Party kurz ein. Er sagt so etwas Fabulous und er sagt, yo, no, no, aber mir und du, wir ainten Party. Wir brauchen Party. Was ist er zu sagen? Warum wirst du Party mit mir für deinen Geburtstag, Mann? Wir Party für meinen Geburtstag bevor. Du kamen zu meinem Party. Nein, aber mir und du ainten nie wirklich Party. Ich liebe diese Drink Champs. Ich liebe es, wenn du so magst, Daddy. ich liebe es, wenn du so magst, Ich liebe es, wenn du so magst, wenn du so magst. Auf die Anschuldigung von 50 Cent und das Video mit Nori hat Diddy auch reagiert. Er sagt, er hat die Situation anders wahrgenommen als die anderen. Für ihn war es nicht hundig, was er da gemacht hat. Krass, dass du den auch so direkt drauf angesprochen hast, wa? Das ist halt so eine Sache bei den Amis, was ich feiere, dass die immer so direkt sind. Ja, ich dachte, er brauchte ein paar Klappen. Wir haben nun behauptet, dass Nori für den Podcast, den er zur Zeit macht, mit Diddy was hat. Wegen der vorhin erwähnten Party. Nein, Digga, Alter, das macht meine ganze Welt kaputt gerade. Ring Champs gehört eigentlich Diddy. Nori ist eigentlich für diese Gerichte selber verantwortlich. Er hat vor paar Jahren mal ein paar Sachen über langfristigen Erfolg erzählt. Er hat davon gesprochen, dass wenn man in Amerika Platin geht und anfängt richtig Geld bei Auftritten zu machen, Leute kommen, die anfangen, jemanden Sachen anzubieten. Er spricht von sexuellen Aktivitäten und Menschen. Das ist krass, das steht so oft. Wann war das Interview? Ich bin nicht sicher, weil ich bin direkt. Aber ich war auf diese Tür. Das ist, du war auf diese Tür? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Nein, 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 nein. Ich sage, dass, wenn ich das gesehen habe, das war die Leute, das war die Leute, das war die andere Leute, die ich nicht probleme mit. Das ist die Leute. Du fahst mich? Und ich habe einfach gewählt, und ich habe nicht Ich bin Platinum Sitz. Und berichtet ebenfalls von einer Party, wo er mal Diddy gesehen hat. Er wollte nicht genauer darauf eingehen, was da passiert ist, aber deutet an, dass viele Leute da in eine andere Richtung gehen und er diese Partys mit Geheimgesellschaften in Verbindung bringt. Die sagen das nicht, die sagen das nicht. Ich denke, es hat was mit Illuminati zu tun, Bruder, der sagt, die sagen es aber nicht. Ich denke auf jeden Fall, dass definitiv hinter den Kulissen freakiger Scheiß abläuft. Nicht nur in der Rap-Hip-Hop-Industrie, sondern auch in der politischen Welt und vor allen Dingen auch in dieser Industrie als Big-Tech-Welt, diese ganzen Leute, die sehr viel Macht haben in der Welt, durch was für Firmen auch immer, ich glaube, dass da viel Scheiß abgeht, sehr viel Scheiß und ich glaube, wenn diese ganze Scheiße an die Öffentlichkeit kommen würde, ich glaube, das würde einige Menschen verstören. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Peace it out, man. Coole Doku, Bro. Keep it up, Bruder. Das ist so wie, bisschen so wie, wie heißt der andere Dude? Ben Bugatti, ne? Ah, die haben sogar eine ähnliche Stimme, finde ich, Alter. Ja. Ja. Ja.